Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video für Zwischendurch. Und zwar wie man denke ich gesehen hat oder wie einige gesehen haben, habe ich vor einigen Tagen die Marke von 500 Abonnenten erreicht. Und dafür möchte ich mich bei euch herzlichst bedanken. Ich hätte vor drei Jahren nicht gedacht, dass ich mal 500 Abonnenten erreiche, vor allem nicht mit dem Content, den ich hier bringe auf dem Kanal. Und dafür auf jeden Fall wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Und an der Stelle möchte ich auch etwas bekannt geben. Das werden zwei Sachen sein. Einerseits wird ca. Mitte Februar für zwei Wochen entweder kein Video oder nur ein oder zwei Videos erscheinen, da ich in dieser Zeit nicht zugegen sein werde und ich auch nicht wirklich zum Vorproduzieren komme. Das genaue Datum kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich denke irgendwann Mitte Februar. Ich denke mal so ab Mitte Februar, ungefähr zwei Wochen bis Ende Februar. Genaueres wird noch folgen. Und das Zweite, was ich an der Stelle ankündigen möchte, ich habe derzeit auch weiterhin, ich sage es einfach mal gerade heraus, nicht wirklich die Motivation, um Let's Play Aufnahmen zu machen. Das zieht sich jetzt schon seit einiger Zeit. Ich weiß nicht, man merkt es vielleicht auch ein bisschen. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt schlussendlich dazu entschieden, die laufenden Let's Plays weiterzuführen, die bereits aufgenommenen Aufnahmen noch rauszuhauen. und danach ist dann, wie gesagt, voraussichtlich Schluss mit Let's Plays. Das Ganze wird danach eingestellt und dann geht es nur noch weiter mit Münz-Videos zu diversen Themen. Das werden dann hauptsächlich Updates sein, das werden auch mal ein paar andere Sachen sein, je nachdem auch wie das dann zeitlich alles wird. und ich möchte dann auch noch so ein paar Sachen mit ausprobieren, noch mal so ein paar, ich sage mal, Hilfestellungen noch mitbringen, noch so ein paar Sachen, die ich jetzt auch in letzter Zeit bei mir geändert habe, die ich dann ausprobieren möchte im Bereich Münzen und eventuell auch Banknoten, das muss ich mal schauen. Und ja, bis es soweit ist, lassen wir das einfach mal auf uns zukommen und alles Weitere wird sich dann zeigen, wie das wird. Auf jeden Fall das schon mal als wichtige Info mit dazu. Und ja, bei Münzen und Banknoten wird es, denke ich, relativ regulär weitergehen, so ein bis zwei Videos die Woche, je nachdem, was ich auch zum Zeigen habe. Das wird ganz unterschiedlich werden. Und ja, ich denke, soweit, so gut, habe erst mal wieder alles rausgehauen, was ich wollte, denn ich kann ja noch mal ganz kurz meinen Beweggrund, meinen vermutlichen Beweggrund, sage ich mal, dafür kundtun, dass nach drei Jahren ein Let's Play Video nach, naja, zwei, drei Tagen um die 15 bis 20 Aufrufe hat, ist jetzt nicht unbedingt so motivierend, wie man vielleicht meint, auch wenn man damit die Leute irgendwie unterhält, aber auf Dauer ist das dann eher so, ah, nee. Auf Dauer frisst dann doch eher die Zeit dann den Aufwand deutlich auf, da gerade in Minecraft doch ein bisschen mehr dran hängt, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und was auch noch ein weiterer Grund vielleicht ist, dass ich nebenbei momentan sehr, sehr viel immer noch mit meinen Münzen arbeite, da ich gerade einiges umsortiere, neu mache, überarbeite und so weiter und von daher auch relativ ausgelastet bin. Und ja, wie gesagt, da lasse ich dann die Let's Plays lieber ein bisschen in den Hintergrund treten erst mal und konzentriere mich auf die Sachen, die mir Spaß machen. Deswegen habe ich ja auch mit YouTube angefangen, aus Spaß an der Freude und so mache ich dann eben mit meinen Münzen und meinen Banknoten weiter und lasse dann die Spiele nach und nach ausklingen. Natürlich lasse ich mir auch die Option offen, dass es irgendwann mal weitergeht in dem Bereich, aber ich denke, das wird, denke ich, eher unwahrscheinlich sein. Gut, auf jeden Fall möchte ich mich fürs Zusehen für die Treue bedanken über die lange Zeit und ja, was bleibt mir da noch anderes zu sagen, als auf die nächsten 500 Abonnenten. Und ja, euch noch eine schöne Zeit und man hört und stört sich. Also macht's gut. Ciao. Ciao.